300 Gramm Mehl 100 Gramm Zucker Ein Ei, 200 Gramm Butter Eine Zitrone und eine Prise Salz Die Zitrone sollst du säubern Und dann reiben die Haut zu räubern Vermenge Mehl und Zitursspäne Darauf das Ei, welche schöne Sehne Nun den Zucker darüber geben Und auch das Salz den Geschmack zu heben So greift wir dann zum scharfen Eisen Das Milchprodukt in Form zu weisen Ja Kekse, Plätzchen, Leckereien Die Hüften werden's nie verzeihen Bei 175 Grad für 10 Minuten Denn weckst du sie zu lange Werden sie zu Backstein Dazu mischen musst du hacken Darfst nicht zu zaghaft das Messer packen Schließlich kneten Zusammenführen Die Rohmasse Zum Teig erküren Im Kühlgrät muss er nun warten Derweil musst du den Ofen starten Zu guter Letzt in kleinen Stücken Dein stolzes Werk aufs Backblech drücken Kekse, Plätzchen, Leckereien Die Hüften werden's nie verzeihen Bei 175 Grad für 10 Minuten Dann weckst du sie zu lange Und weckst sie zu Backstein 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 Kekse, Plätzchen, Leckereien Die Hüften werden's nie verzeihen Bei 175 Grad für 10 Minuten Dann weckst du sie zu lange Werden sie zu Backstein Backstein Untertitelung des ZDF für funk, 2017